Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Age of Empires 2 HD Edition. Powerball. Jo, genau. Wir bauen weiter unser Dorf auf, dazu auch die Armee, wir sammeln fleißig Essen. Das ist kein Schmäh, nein, kommt es da, Sohn, Hirsch noch, jeder damit. Damit wir schnell alles entwickeln können, wie gesagt, haben wir noch ein paar Corona mehr gemacht. Ja, sicher. So, dann wäre es auch cool, wenn ich noch irgendwo einen Arbeiter hätte, wir haben einen Dichterweil hier, der mir hier schon mal Kasernen und so ein Schmarrn, also Schmarrn sage ich da, solche Sachen eben aufbaut. Also machen wir mal so, würde ich sagen, dass man auch was sehen kann, so vielleicht. Blubere. Blubere. Was fehlt? Holz fehlt, ist logisch. Hey, der hat ja mein Dichterweil geschmarrt. Hey, das ist jetzt wieder gemeint. Das ist jetzt echt gemeint. Boah, ist das schier. Hey. Ich habe hier nichts, der noch gar keine Armee, die uns da verteidigt hat. Es ist ja voll fies hier. Ich mache jetzt einfach mal fünf von denen. Er ist jetzt auf. Der hat ein Dorf, wo er noch um... Mein. Bitte schieß den weg. Oh, da klingt ja dann mal schade. Großartig. Großartig. Ich freue mich. Ich werde hier noch zwei abziehen. Die sollen hier einfach Holz sammeln. Ähm, 300 Nahrung. Und 200 Holz auch. Ich entwickle das noch vorher zuerst. Boah, ey, macht es den Topf tot? Und... Es ist untypisch, ne? Ich sterbe, du blödes Ding. Du stirbst jetzt endlich. Ich brauche einen Katapult oder so. Das ist ja voll gemein. Gebura. Gebura. Das ist... Das ist echt, also... Jetzt gäbe so Arura was, weil... Der Hafen hat den jetzt gestört. Ist ja unfassbar. Naja, was soll's. Aha, ihr solltet da aber schon arbeiten, ihr Deppen. Ja, Jägere. So. Jetzt werden die wohl hoffentlich mehr Holz... Besser Holz sammeln können. Gut. Dann brauchen wir... Ja, Kanonendürmchen wären auch nicht schlecht, ne? Überhaupt den Hauptturm entwickeln. Das lief jetzt gar nicht gut. Eins, zwei, drei. Machen wir noch einen Dorfbewohner dazu. Der soll dann inzwischen wieder hier was aufbauen und passt schon. Mein Hafen bringt sich da jetzt momentan nichts, ne? Weil die echt lästig sind. Aber ich hätte gern da einen Kanonendurm. Oder irgend sowas, der vielleicht die Schiffe da besser plätten kann. So, schön beim Essen bleiben, ne? Warte, mir ist ein paar Wachtdürmchen noch, ne? Buhwere. Hier ist er gleich zum Hauptturm, sich weiterentwickeln lassen. Das wär auch nicht schlecht. Ah, warte, was haben wir noch? Tür mir richten bei Schiffen, ja. Ja, bitte, Nahrung, komm. Irgendwas. Jawohl. Unbedingt, ganz wichtig. Dann, das wär auch ganz wichtig. Jetzt fällt halt wieder Essen. Ähm. Ja, ist jetzt fertig, hab ich grad gemerkt. Da ist noch Risch. Und dann kriegt's hier auch Felder. Boah, das tut mir jetzt echt grad leid, dass der... der Mönch da... Also nur mehr er übrig ist von seinen... äh, von insgesamt vier, so wollte ich sagen. Blockdruck. Mönche haben bloß drei Reichweite für Bekehrungen. Das ist auch nicht schlecht. Diese Sachen können wir ohne weiteres machen. Ich mach auch das hier. So, warte. Natürlich fehlt's an Stein. Ist ganz logisch. Musst halt einmal Stein abbauen. Alter. Ist ja eine Frechheit eigentlich, ne? Das läuft gar nicht mehr so schlecht. Ich lass das lieber mal. Nur ein Wönch. So. Ja, das brauchen wir unbedingt. Den Trotkin-Pfeil. Was? Das läuft super. Das Lichtrot hätte ich gleich früher entwickeln sollen. Du wärst... Du wärst... Und das hier, wenn's geht. 150 Nahrung fehlt noch ein bisschen. Jetzt haben wir's. So. Der Mönch kann gleich den Mönch da heilen. Genau. So, ja. Wie schaut's Stein mäßig aus? Das wird schon langsam. Ach, da fällt noch ein bisschen Stein. Komm schon, mach hin. Mauerhandwerk fertiggestellt. Befestigter Wall können wir eigentlich auch mitmachen, sobald die Nahrung stimmt. So, ja. Da ist noch ein Hirsch. Den können Sie gleich mitmachen. Und dann kriegt Sie auch eure Felder. Aha, darum sind welche fertig. Bitteschön. 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 Was? Die wird fleißig und wickelt. Ich glaub, dich borg ich mich kurz mal aus. Du könntest schon die Schießanlage bauen. Und vielleicht den Stall. Bitteschön. Und vielleicht... Da ist gestorben. Vielleicht auch die Waffenschmiede hier irgendwo hin. Die Burg, ja. Für die Burg brauchen wir noch Stein. Omaß. So, Feld abgeerntet. Jawohl, kriegst du ein neues. Du auch. Seid ihr schon fertig? Ja. Passt. Passt. Ich kriegst jetzt auch Felder. Auch Felder. Heise. So. Ich hoffe, das funktioniert irgendwie ansatzweise. Ja. Zu 100% nicht wirklich, da so eine Buckelpiste hier ist. Bereit. Ich versuch's trotzdem um die Mühle herum. Steht ein bisschen komisch aus. Aber bitte. Solange's funktioniert. So, bitte la. Sturmbock. Oh nager wäre nicht schlecht. Zur Verteidigung. Aber das machen jetzt eh unsere Tümpchen recht brav. Schauen wir dann, welche Belagerungswaffen wir brauchen. Der Stall ist fertig. Das freut mich sehr. Da werden wir gleich Chevalier machen. Dann haben wir normal noch genug, um hier den Knappen zu machen. Wir haben immer noch genug, um hier Kettenhemd zu machen. Jetzt wird's knapp. Aber vielleicht brauchen wir nur Holz irgendwo. Nein. Nahrung und Holz. Im Rebell war. Aber die produzieren jetzt eh recht flott. Da wird es dann schon bald fertig sein. Was? Du kannst hier weitermachen. Oder warte, du hilfst mal beim Stein. Dass wir so schnell wie möglich die Burg hinkriegen. So. So. Und so. Bam, bam, bam. Ich werde auch gleich, ähm, Nahrung haben wir genug. Wir werden auch gleich ein paar Arme, Brustschützen bauen. So. Hopp, hopp mit der Nahrung. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Es ist halt auch irgendwie blöd, dass wir jetzt nur eine Reliquie haben. Mir wäre es auch recht, wenn wir mehrere hätten. Aber ich glaube, die hier werden kein Kloster haben, ne, wo eins versteckt sein könnte. Schaut nicht so aus. Schade. 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 Wir bauen Gebäude schneller. Aber das wäre nicht schlecht. 500 Nahrung. Der braucht auch noch ein bisschen. Was haben wir hier? Zum Bikanier entwickeln. Können wir auch gleich mitmachen. Was haben wir hier? Holz und Gold. Das brauchen wir nicht schauen. Das haben wir auf jeden Fall. Uh, Paladin. Ja, da brauchen wir viel Essen. Nahrung, 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 Nahrung. Ein paar Belagerungskanonen. Äh, da haben wir ein bisschen zu wenig Ressourcen, wir müssen ein bisschen warten. Aber die sind eh recht flott, die schaffen das schon. Wie geht's hier? Nahrung, 200 und 150 Holz. Ja, das machen wir noch mit. Damit das Stein besser abgebaut wird. Und, jo. Da muss ich mal nebenher glatt ein bisschen grübeln. Bam, bam, bam. Mönche bewegen sich schneller. Das machen wir auch gleich mal mit. Hier sind wir ja fertig. Hier sind wir fertig. Nur bitte kontrollieren, ob ich wohl nichts übersehe. Paladin ist noch zu früh. Da sind wir definitiv fertig. Ich werde trotzdem ein paar Ambushützen. und basteln. Weil sie halt den billig auch sind. Nur so, falls irgendwelche grünen Watschka da uns verfallen wollen. Wobei es hier auch gescheit wäre, hier vielleicht einen Turm oder so aufzubauen. Bald haben wir auch genügend Stein, dass wir die Burg bauen können. Ich will sie da ungefähr hier hin platzieren. Ich hoffe, das passt. Oder hierher. Weiß ich noch nicht. So, Rüstung. Jawohl. Bitte sehr. Und da fehlt noch ein bisschen Essen. Schön. Da flattert doch glatt eine Mitteilung ins Bild. Wie schön. Bamm, 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 bamm. Sehr gut. Essen. Jawohl. Dingens haben jetzt genug. Da kommt sofort Belagungsingenieur. Nein, nicht. Was fehlt? Ah, Holz fehlt. Ja, du hast sie überstanden. Selber schuld. Was tust du auch hier? Du hast hier nichts verloren. So, die hauen noch fleißig auf den Stein rum. Gleich haben wir genügend Stein für unsere Burg. Dann werden wir schnell die Burg bauen. Na los, gib's an. Ihr dürft das. Fein. Nicht? Boah, fehlen immer noch zehn. Aber jetzt haben wir's. So, ich will die Burg. Ja, ich werde sie so hin platzieren. So, wir haben 500 Dinge. So und so und so. Jetzt wird's kaum blödes Holz. Na los, na los, na los. Ja, Alter, kommt nicht weit. So, aber jetzt da gleich. Gleich haben wir's. Ein bisschen noch. So. Jawohl, jetzt passt's. Also, Belagerungsingenieur entwickeln. Sehr gern. Dann. Hm, können wir hier. Nein, was fehlt? Gold fehlt. Okay. Geht sich hier aus. Ja, wie wird es sich ausgehen? Zum Zweihandschwertkämpfkampfmeister-Dings machen. Sehr gut. Bam, bam. Bam. Bam, bam. 1300 Nahrung. Ist halt auch viel, ne? Belagerungsingenieur ist fertig. Da fehlen jetzt nur noch zwei Sachen. Da brauchen wir jetzt noch ein bisschen Nahrung. Und 400 Holz. Steht die Burg. Gleich steht sie. So, ist fein. Gleich haben wir's geschafft. Oh. Ja, ihr habt's keine Chance, ne? Wir haben die schon besiegt, bevor sie uns angegriffen haben. So, ihr baut noch das Steinwerk hier fertig ab. Zwei von euch dürfen aber schon hier beim Holz weiterhelfen. Und passt. So, was gibt's denn hier Schönes zum entwickeln? Den Elite, Deutschritter, Zinnen plus drei Reichweite. Wenn Infanterie einquartiert ist, dann schießen die Pfeile ab. Okay. Was haben wir hier? Einheiten werden schneller produziert. Bitte, das machen wir auf jeden Fall. So, wir haben schon tausend Nahrung. 300 Gold. Elite Schwertkämpfer. Boah, machen wir einfach. Die Schmiede ist fertig entwickelt. Ja, hier fehlen noch ein paar Sachen. So, ist schön. Immer schön arbeiten. Dies war. Dies war. Das ist so. Dies war. Was haben wir hier Schönes? Mönche können feindliche Mönche bekehren, ja? Gewinnen den Glauben schneller zurück. Kehr, warte, war noch was. Kommen. Nein, das will ich nicht einhalten. Schwierig ist. Nein, da. Das werden wir nehmen. So, schön langsam. Wir nehmen wieder was zusammen. Was macht ihr da? Streeted. Bitte kaputt machen. Bis dann macht's was. Ja, passt. So geht's auch. So, bitte hierher zurück. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Weg. Sehr schön. Bist du jetzt endlich mal tot? Perfekt. Sistema. Gut. Bitte hier sammeln. Ja, mit den Ambrustschützen geht's ja recht gut, ne? Machen wir nochmal Fünfe. Ein paar Schwertkämpfer noch. So. Gold ist so eine Sache jetzt, ne? Wir haben, Essen haben wir recht gut, aber Gold ist halt so eine Geschichte. Ich kann jetzt aber dabei hier weiterhelfen, ne? Ich werde hier eine abziehen, die soll beim Gold weiterhelfen. Da muss ich gerade einmal glückschellen. Das nächste Goldvorkommen wäre hier. Das nehmen uns die Deppentabel schon weg. Ansonsten da oben. Okay, das nehmen die Gelben uns weg. Nee. Na ja, was soll's? Ist halt so. Was wir dann auf jeden Fall brauchen werden, ist wieder ein Hafen. Keine Frage. Sehr schön. So, schön blätten. Sehr schön. Nun geht er damit. Ja, wir können jetzt auch schon die Paradine entwickeln, glaube ich. Nein, nicht ganz. Gold fehlt. Das ist so. Das liebe Gold fehlt. Wie schaut's da bei euch aus? 600. Alter. Streeted. Streeted. Auf geht's, meine Herren. Auf geht's, meine Herren. Alter, bitte reparieren. Klick mal. So, die müssen jetzt hier schon abnippeln. Perfekt. Ich hab da immer noch zwei Stellen. Oder warte, die sollen hier beim Bolt vielleicht helfen. Passt, der Stall ist gerettet, ne? Alter Schwede. Und da kommt schon wieder Nachschub. Ich bleib gleich stehen. Mögt er? Holzer. Ja. Perfekt. Ja, ihr geht schön zum Bolt. So mag ich das gerne. Passt. Ihr haut's wieder ab. Ihr macht hier Holz und so. Halt, du machst da weiter. Könntest theoretisch aber hier ein Dürmchen bauen. Nur so, zum Spaß. Das passt. Halt, da ist ein Dings. Du kommst hierher. So, ja. Halleluja, ne? Wie schaut's denn aus? Ah, du kriegst ein neues Feld. Du auch. So, bis so. Passt. Gleich haben wir genügend Gold, dass wir die Deutsch-Häler bauen können. Deutsch-Häler, Deutsch-Häler sag ich, na. Deutsch-Ritt-Herr. So. Deutsch-Ritt. Moment. Es sind nur mehr zwei Leute hier, die Gold machen. Also. Interessant. 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 So, weg mit den Teppen. Das können wir mal machen. Was, die haben sie überstanden. So, bleibst du doch mal hier stehen. Ja, das war's. So. Die erntet hier inzwischen alles ab, was man noch brauchen kann. Das ist gut. Ich denke, wir werden auch ein paar Mönche trotz allem brauchen. Oder warte, tun wir zuerst eine Entwicklung. Mönche können Gebäude, Dinge, da fühlt sich das schwer zu bekehren. Mönche mehr Lebensbote. Das nehmen wir zuerst. Und während. So. Wow, der Part ist auch schwer zu Ende. Das ist ja schrecklich. Ich find's grad echt schrecklich. Wie schaut's hier aus? Den Deutsch-Ritter können wir schon mal entwickeln, den Elite. Das machen wir auch. Und du baust mir da am besten nochmal so ein Marktdings her. Genau so. Bitte. So, ja. Ihr könnt euch hier mal sammeln. Wie schaut's da aus? Da sind wir fertig. Bis auf den Kerl. Boah, das ist auch schön teuer. Dann, hier sind wir normal auch fertig. Und hier bis auf den Paladin. Der kommt dann auch noch. Und die hier müssen wir auch noch entwickeln. So, bitte. Ich fange schnell in das Feld und dann beenden wir den Part. So, das bist du, ne? Ja, wäre. So. Du wäre. Als nächstes ist sie dran. Oh, weg mit dem Feld. Nein, da tut's erst. 17 hat sie noch. Okay. So. Perfekt. Schön. Dann werden wir im nächsten Part noch unsere Armee ein bisschen aufbauen. Ein paar Mönche noch erschaffen. So, schau's mal aus vom Plan her. Dann würde ich meinen, dass wer gestorben ist. Dann würde ich meinen, dass wir uns schon langsam hier ein paar Transportschäfchen bauen. Also mal einen Hafen, Transportschäfchen, dass wir mal zumindest, ja, hier, hier irgendwie ein Land gehen können und mal die Violetten ausschalten. Wir müssen jetzt schauen, dass wir zu den Blauen hinkommen, dass wir da die Kathedrale dann bekehren können. Ich werde dann auch hier auf diesem Grund und Boden Dorfzentrum bauen, dass wir dann schneller hier, äh, oder zumindest ein paar Kasernen oder so aufbauen, dass wir da schneller unsere Armeen wieder aufrüsten können und verstärken können. Sehr gut. Den Paladin entwickeln wir gleich. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer ihr das Video schaut und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!